hallo und willkommen zu einer neuen folge fort mit mir den hero schafter a.k.a. max a.k.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a Leute, Freunde und Freunde sind immer noch hier. Ich werde das Mikrofon jetzt schieben. Schieb. So, ich hoffe, man hört sich jetzt besser. Leute, das ist der neue, ich heiße nicht, im Shop ist der Skin gerade. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ich gucke immer, ob man den noch sehen kann. Ich glaube eher nicht, wer den gekauft hat. Ne, sieht man nicht mehr. Habe ich mir heute gekauft. Für 8 Euro, Leute, könnt ihr euch auch holen. Ihr kriegt einfach insgesamt 1000 V-Bucks. Ihr müsst natürlich täglich Aufgaben machen, bla bla bla. Ist ja auch egal. Richtig nicer Skin. Dazu ist dieser Skin. Hier. Dieses Rückenteil. Rückenteil finde ich nicht so nice. Die Spitzhacke ist wieder ultra cool. Und by the way, wir haben an den Turnier mitgebracht, aber leider verloren. Aber wir konnten uns wenigstens diesen Ladebildschirm holen. Richtig nicer Ladebildschirm. Mir gefällt der mega. Er ist ja auch in Mega City. Richtig unlustig. Ist aber egal, Leute. Ich finde den nice. Gefällt mir hier. Erstmal der neue Skin. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Dann hier der alte, also der Remake von Renegarader in Flammen mäßig. Dann irgendein so ein Phoenix Skin. Hier von Best Freunde Paket. Und ich weiß nicht, welches Skin das ist. Mega City. Oben ist der Battle Bus. FNCS. Und hier ist das schon gut. Ein richtig nice Ladebildschirm. Mir gefällt der, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Und wie geht's dir, Freunde und Freundinnen? Super. Super, Leute. Und wir werden jetzt den epischen Sieg holen. Auf Ansage. Let's go. Wir springen jetzt in den Bus, Leute. Wir sehen uns, wenn man aus dem Bus springt. Bis gleich. Und da sind wir wieder, Leute. Wir landen wieder natürlich bei unserem Kreis. Der legendäre, super, super Mubam-Kreis. Was ist dein Lieblingskreis? Der. Der? Ja. Warum? Weiß ich auch nicht. Echt nicht? Ich bin fast Level 100. Du siehst fast Level 100, Leute. Ich bin Level 188. Ist okay. By the way, auf mein zweiter Account, wie viel Level bin ich da? 66? Ich dachte 56. Nee, 56 nicht. Achso, das warst du vor Fragen noch. Warte, soll ich mal gucken, Leute? Wollen wir mal kurz gucken auf Ansage, oder? Wir gucken. Nee, wir müssen hier gucken. Äh, Freunde? Nee. Hier. Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Hier ist mein zweiter Account. Level 66 tatsächlich. Stark. Ich habe einfach Freunde und Freundin. Oh, ich habe ein episches. Kriege ich das? Ja. Echt? Ja. Oha. Ich bin heute mal nett. Äh. Leute. Da freut sich Freunde und Freundin auch mal. Komm, ich habe Verbände bekommen. Ich habe ein Medi-Kit bekommen. Alter, diesmal habe ich mal Glück. So ein Kack. Leute, ihr müsst euch vorstellen, Freunde und Freunde bekommen sonst immer Glück und diesmal habe ich mal Glück. Ja, sind es immer so Medi-Spray oder so? Ja. Hm, nein. Hier drin ist Gold. Ich habe Medi-Spray. Freunde und Freundin? Ja. Gold. Ich will mir das gleich, Freund, Freund. Leute, by the way, jetzt könnt ihr auch nochmal so ein bisschen Skins sehen. Also für die, die jetzt zum Beispiel Skins nicht kaufen wollen vorher oder so, könnt ihr mal auf meinen Kanal gucken. Äh, ich finde meistens immer eigentlich alle Skins, die neu sind oder so. Was, äh, das gefällt Freunde und Freunde nicht so gerne. Nee. Aber, das ist mir egal, Leute. Ich mache es für die Community. Ich gebe tatsächlich, bekomme ich kein Geld von irgendwas oder von Fortnite oder was weiß ich denn. Äh, ich mache das immer alles selber. Ich fülle mir das immer alles selber. Und damit ich euch das am besten zeigen kann. Freunde und Freunde, kannst du, holst du das Gold? Ja. Ja? Ja. Ja. Was ist drin? Ich gehe nicht durch die Tür. Freund, Freund. Ah, schade. Nee. Freunde, Freunde, kommen wir. Nee, lass mich in Ruhe. Okay, dann mache ich den Truck alleine. Mh, drei, mh, zwei, mh, eins. Yes. Das Haus, es brennt. Baby, geh weg da. Warum? Wenn ich es abbaue, brennt es nicht mehr. Hm, es brennt. Bin ich nicht schlau. Nee, ein bisschen. Oh mein, äh, nein. Ich höre mir das hier. Ich höre mir lieber die Schrot. Ich wollte ehrlich das Schwert gerade holen. Ja, bitteschön. Freunde, Freunde. Mann, wieso kann man das nicht einfach tauschen? Ja, irgendwie geht das nicht mehr. Das ging ja mal, ne? Ja. So brrrr, da konntest brrrr machen. Man kann nur eins Schwert im Inventar haben. Ja, das ist mir bewusst. Dann tauscht doch. Früher konnte ich wenigstens fünf Hammer in ein Inventar nehmen. Ja, irgendwie. Warum ist es nicht bei den Schwertern so? Ja, damit du mich hier unendlich abbauen kannst wahrscheinlich oder so. Ja, aber könnte man doch bei einem Hammer auch, wenn man es möchte. Ja, aber wenn du ein ganz Inventar oder Hammer hast. Ja. Ja, siehst du. Warum geht das nicht bei den Schwertern? Angeblich soll ja auch mythische Schwerter drin sein. Bis jetzt habe ich nicht einmal eins gesehen. Ich auch. Kann auch sein, dass es noch nicht aktiviert ist, Leute. Vielleicht stellen wir uns einfach gerade ein bisschen dumm an. Was soll ich? Ah, guck mal, bei mir kurz auf dem Bildschirm. Was soll ich nehmen? Äh, exotische. Ja. Ja. Achso. Ja. Oh. Willst du die haben? Nein, ich will grinden. Ey, nicht die Musik. Hallo? Was ist die Musik? Da kann man die ganze Musik. Freunde, Freunde, ist jetzt unten, wo ich weg bin. Ja. Fast. Tschüss. Ich will diese Doppelmagazin. Das ist meine. Gib sie mir. Nein. Hilfe, ich ertrinkt. Pech. Okay, jetzt geht's los. Jetzt ist Krieg. Apparello. Sag mir, bist du bereit? Oh. Oh, ich muss. Ey, nein. Doch. Freund, Freunde. Tauschen. Hm? Was denn? Doppelmagazin. Ja, dann gib. Na, gib du als erstes. Nein, gib. Bitte machen. Gib als erstes. Nein, jetzt gib. Siehst du schon wieder? Oh Mann, ey. Es ist echt fies, Alter. Wo sind die Doppelmagazin? Hier, ne? Äh. Hier, bitteschön. Ne, ich bin jetzt weg. Das war echt fies. Hast du dir hingelegt? Ich vertraue dir. Nein, ich will dir nicht mehr. Nein, guck doch mal. Ich hab dir die Doppelmagazin. Nein, ich vertraue dir nicht mehr. Am Arsch. Ja, ist mir egal. Mir auch. Okay. Ne, Leute. Ihr könnt einer Freundin niemals vertrauen. Oha. Macht das nicht. Als wäre ich nicht Freundin, Freundin. Aber erst nicht Freundin, Freundin. Wenn ihr, wenn ihr, die Kiste wurde geöffnet. Hier war jemand. Ähm. Wenn jemals Freundin, Freundin echt euch sehen sollte, rennt weg. Die will nichts gut ist mit euch. Glaubt mir. Natürlich nur meine Freundin will nichts gut ist. Oh mein Gott, Freundin, Freundin. Ja. Ich hab ne exotische Doppelmagazin gefunden, weil du mir deine ja nicht geben wolltest. Ich brauch mal Munition dafür, das wäre mal cool. Ich hab keine. Doch hast du. Hab ich nicht. Gib. Ey. Oh, wie toll. Unfassbar. Du weißt, wie sehr ich dich mag. Nein. Doch. Nein. Es ist vorbei, Leute. Ich sag mir jetzt nur noch mein eigenes Zeug. Schitterfreude, Freundin. Oha. Nix. Oha. Oha. Ich geh jetzt nach Megacity. Mach doch. Ich geh jetzt so, da rennt sich drüber. Leute, das ist, das ist, wer der Weg sich trennt. Ihr müsst euch, ihr müsst euch immer gut überlegen. Wollt ihr eine Freundin, Freundin, die genau wie Freundin, Freundin ist? Oder wollt ihr eine nicht Freundin, Freundin, dafür ein sorgenfreies Leben? Oha. Spaß. Leute, ich bin glücklich. Glücklich? Jetzt nicht mehr. So glücklich, so glücklich. Wieso bin ich so glücklich? Oh mein Gott, hier sind. Geh ich noch. Ich brauch vier Gold und mir diese Kack war bezohlt. Welche? Äh, so ein Doppelmagazin, neppich. Hast du mal 250 Gold? Hätt ich? Ja, geb ich dir aber nicht. Ich hab dir die gegeben. Na, nein, was mich verarscht hast du mir am Anfang. Ja, am Anfang, ich hab dir doch zangegeben. Bitte? Ich hab keine 250 Gold. Stimmt, du hast 5.000. Als ob du so genau 246 geh... Ja. Das ist unfassbar. Ich mir dieses Ding hier mit. Ich hab doch gesagt, das ist scheiße. Ich komme. Bleib mir. Ah, dafür, dass du nicht mehr Munition geben wolltest, obwohl du so 180 hattest? Du kriegst deine Menschen für mich. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen will. Bitte. Ich brauch das Gold ja eigentlich. Ich geb dir dafür Munition, die ich grad kaufe. Was soll ich denn holen? Äh, hier einen Episch. Okay, oh Gott. Bitteschön. Warte hier. Wo ist mein Gold? Oh, ich hab dir zu viel gegeben. Ja. Bitte krieg ich noch ein bisschen. Ich hab dir zu viel gegeben. Ich hab nur 190. Jetzt hab ich weniger als du. Guck mal. 200, du hast 300. Scheiß drauf. Ja, natürlich. Passt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Du hast dich keine Freunde. Oh, ah. Wenn ich Golf finde, gehst mir. Okay. Kriegst nie wieder was. Okay. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Hilfe. Ich brauche Hilfe. 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 Seht ihr, seht ihr, Leute? Das ist das. Ihr werdet nur vor aufstehen. Wie ein Rotpunkt. Warum verarscht? Hast du gesehen? Nee. Nee, nexodisch. Nee, nexodisch. Was? Nee. Dann nehmt jemand ein. Das ist mir egal. Wollen wir nicht? Ich brauche hochgeholt. Wie gesagt, ich kann mir heute leider noch keine V-Bucks holen, Leute. Die kostenlosen V-Bucks. Weil, ähm, immer tägliche Aufgaben, aber die hatte ich schon fertig und deswegen ist Bullshit. Äh, ich würde jetzt auch keine Videos machen, weil warum auch. Ihr seht ihr, ihr müsst einfach nur tägliche Aufgaben machen. Das ist relativ einfach gezeichnet und da brauche ich, glaube ich, kein Video zu machen. So soll ich trotzdem mal eins mal rein. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen gut. Ich geh schon mal wie sohn. Ich komm mit. Ich bin schon eher nur sohn. Und solche sagen wir rum. Wieso? Tschüss. Guck mal. Das ist ein 3D-Manöver. Ja. Und Gold. Hier ist die Kasse. Und das ist hier ist die Kasse. Ach, ich mach. Äh. Apparello. Das ist Gold. Ey. Ich hab's. Äh, du bist so undankbar, ne? Danke. Ne, Mann, ich achte jetzt nicht mehr auf dich. Du bist so richtig undankbar. Hier ist rote Munition. Ja, hier sind die gegner bitte also ein habe ich ein ja ich kann mich nur um zwei kümmern so mit bot ich kann mich nicht bitte ja ich weiß nicht ob das gegner oder bot schnell ach beruhig dich doch noch ein bisschen schnell aber siehst du nicht ich tritt diese dinge da jetzt hier ist eine haa bock in legendär glaube ich oder mythisch in legendär und hier ist eine doppelmagazin legendär wie sie rennt die kiste nicht legendär da drüben waren zwei schlürfsefte die wagen geht noch ich habe getrunken also ich bin ich kann ja mitnehmen falls du willst deswegen habe ich gerade die zwei trägekarriere gesucht dass ich dir sagen kann dass du die mitnehmen kannst okay okay ich habe alles ich hätte nicht so dass wir schaffen würde ich bin voll munition fast aber weißt du was ich mal war was ich habe 70 gold was soll ich denn sagen ja das ist ein bug gewesen die obwohl die haa bock schon aufgehoben hast wird die trotzdem noch angezeigt die haa bock auch exotischer zufall ein rot ich will ein rotz ist das ich will haben nein das würde ich auf jeden Fall hallo wenn du voll bist geht das schlecht doch warte nicht voll jetzt ich habe sogar luft luftikus ne auch nicht warte oder habe ich das ja da ist ja und da kommt jemand da kommt jemand habt ihr ein jungen sind richtige profis hier sind 3d manöver freundin freundin kommt nicht klar oh gott die flasche sind ja nackt ich habe mich erschrocken ich bin echt sterben wir gleich leute kapper nein das wollte ich nicht nein das wollte ich nicht kommst du vor dem freundin ja ich musste du bist scheuerst ich tue mir leid schnell schnell by the way wir wollten nochmal über das event gestern reden wir haben richtig reingelost eigentlich ok wir hatten glaube ich so an die 70 punkte ja es war zwar übel trash weil wir die ersten zwei runden halt einfach nur rumgetrollt haben das problem ist um den äh skin zu bekommen braucht man wahrscheinlich so 200 punkte oder so gefühlt schon ähm das macht mich ein bisschen sad wenn ich ehrlich bin weil wir haben uns echt halt echt angestrengt und wir haben uns halt einfach nicht hinbekommen und tschüss voll und freundin nioh bist du durch ein riss ja ich geh jetzt hier oben auf den mann genau jetzt war der riss weg ich hoffe du stirbst nicht man muss auch mal hoffen ich bin ich schuld ne ja oh Gott die ist runter gefallen echt oh der hat so ein komisches 3d kackmanöver ja und du machst es selber voll ich komm zu dir hoch ok hä wo hält die sich hä kann sein dass unten ist das manchmal ah hier ist eine krass gewesen bei mir ich hab sie ich hab die eine ich hab die boah aber es sind noch zwei andere hier ja das meinst du oh Gott oh ich hab das kurz getrunken ich gehe weg damit die mich als erstes sehen ich weiß nicht wo die sind ich bleib hier stehen jetzt ah hier kriegst du 10? hab ein hab ein oh das ist noch ein schluss auch die mich haben bitte ja klar ich brauche nur einen ich hab einen getrunken ich geh jetzt wieder kommst du rein wo hier unten rein nehmen wir das kurz ein Junge ich hab 4 kids aber auch das den einen hatte ich den glaub ich geklaut ja das wird 4 ja egal Leute egal wie können sie wir haben die letzte runde dafür 10 gold mein gold 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 da kommt jemand mit der Seilrutsche da kommt jemand ja ich bin voll mit gold ok du Hund da ist der ja soll ich dir helfen kommen ja bitte ne ich hab ich hab ich hab oh sorry schlüssel ei echt ja ne ich bin eh voll mit schlüssel ich will ja ich 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 du kriegst das gold ach so Gott hier ist schon jemand echt das hier war jemand scheiße ach man ne was ist ein Hund ey egal Leute wir haben das eingenommen oh es leben ja nicht mehr so viele ne oha loo lass hier bleiben lass hier einfach chillen erstmal bis sie sagen ja haa hier ist so eine pump die du da immer brauchst oder nicht hast du so eine hast du schon ja genau so eine habe ich aber hier hast du ne haai wenn du die brauchst ich hab leider kein inventarplatz sonst würde ich die mitnehmen was hat das ach so ist auf keine ne das daneben die waffe hier diese haa box schall gedämpfte ich hab mein ich hab mein so mach man das nur mit dem oder muss da ja reicht passt passt schon wenn ja wieder die zwei linien sind dann ist alles gut so was ist hier oben ist hier oben noch was ich hoffe leute für die die jetzt irgendwie wieder news sofort news wollen die schaut gerne mal in die kommentare würde mich interessieren weil ich nicht weiß ob ich euch damit auf den sack gehen wenn ich da fünf videos am tag hochlade so weich wege schüssen krat ach so also wie gesagt könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben würde mich halt übelst interessieren du hast einfach ein schuss mehr als ich ja ja was hä na geht doch einfach hier liegt doch unten auch noch schrot nehm das so auf hab ich doch schon probiert nein einfach antippen hä wieso hast du diese wieso kannst du nur nur 55 ich glaube das bei jeder variabel äh nehmen kann ich habe ich bin fast voll mit metz mir fehlt eigentlich nur äh ja metall fehlt mir noch dann bin ich voll mit voll mit metz ey also ich hab äh geh mal metall was geh mal metall warum brauchst du mehr oder ich ich auch komm mal her ich auch du ne das wollte ich nicht wie brauchst du mach weiter einfach ich sag mal eine sagt dir dann und full danke jetzt habe ich noch 400 irgendwas ja reicht ja reicht doch auch ich weiß nicht mal wie man so wechselt von ach so ding ist weißt du gar nicht von holz zu ich weiß es auch immer noch nicht äh ich weiß es bei mir am pc kubb du wolltest du ganz kurz ich wollte noch hier ja die sonne kommt ah ich kann hier eh nix eingehen ok jetzt go du zuerst wo willst du hin äh hier also versuchen da auf den schloss zu kommen auf schloss siehst du das ja da unten sind nämlich welche siehst du die ja ich sehe es die kämpfen ja ja ne die kämpft nicht das sind teammates ach so warte oh nein lass abhauen warum lass abhauen bauer das ist ein bauer ich weiß auch ich bin weg noch 5 Leute also noch 3 hä guck mal die zone ist in den kreis hä hä oh gott halt hab ich mich grad übelts erschrocken ey hä lass mich bloß in ruhe ey was geht bei fortnite los ich weiß nicht ob das ein bug ist oder ob das neu ist kein plan pass ein bisschen auf oh wir sind sogar immer so aber wer ist der letzte noch 3 teams 1 aus 1 ich geh ins haus tut er gleich irgendwie guten ich geh ins haus ich geh ins haus ich geh ins haus ist das in der zone ja oh nein da kommt jemand echt jetzt nein genau komm rein ok jetzt müssen wir jetzt müssen wir jetzt müssen wir sind das eigentlich komm oh noch einmal hab einen echt nein ich schaff das nicht wo ist der der ist da komm 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 nein 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 hau 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 ich bin tot du schaffst das nein oh mein gott Leute ok Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen lasst ein like da abonniert wenn ihr es nicht kennt dann aktiviert die Glocke ist die keinweise das Video verpasst schon wie wir schreiben da ist es verlinkt in dem Sinne haut rein bis dann und ciao leider